Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. Heute geht es weiter mit dem FC Augsburg. Ich finde auf jeden Fall, dass das eine Mannschaft jetzt super interessant ist für dieses Format, denn es ist für mich ein Team, welches vielleicht auch in der kommenden Bundesliga-Saison zu positiven Überraschungen werden kann. Aber erstmal ganz kurz der Blick zurück. Augsburg ist ja in der abgelaufenen Sauv-Tabellenplatz 11 gelandet und es war irgendwo zwar eine solide Spielzeit, aber auch zwischen der Hoffnung vielleicht noch Europa erreichen zu können, aber auch in der Hinrunde sicherlich einen gewissen Abstiegsdruck. Somit will man natürlich jetzt aber auch etwas mehr und mit Augsburg auch ein Ticken weiter höher hinaus als eben noch in den vergangenen Jahren und mit Jess Torrup, ob man da für einen tollen Trainer, der sehr ehrgeizig ist und sicherlich auch dann zu diesem Weg passt. Die Frage ist aber, ob alle Leistungssäger bleiben, denn dort gibt es aktuelle Gerüchte rund um Udo Kai, Vargas oder Demirovic und deswegen wird sich der Kader auf jeden Fall verändern. Es ist aber eben auch gut, diesen Umbruch zu haben, um seinen Weg weiter zu gehen, auch eher auf jüngere Spieler zu bauen und den Kader Schritt für Schritt zu entwickeln und das wird auf jeden Fall ein sehr spannender Transfer-Sommer. Und um dabei Torrup und natürlich auch den sportlich verantwortlichen Marinko Jurendic zu unterstützen, geht es jetzt, mein Scout-Bericht von fünf Transfers für den FC Augsburg. Im Tor wollte man ja einen klaren Konkurrenzkampf schaffen, das hat man auch durch den Abgang von Kubek und den Zugang von Labrovic neben Damen hinbekommen. Eine Problemzone in diesem Sommertransfer-Fenster wird aber die Abwehr sein. Unabhängig von Dreier- oder Viererkette braucht es nämlich hier auf jeder Position Neuzugänge. Für die Innenverdeckung habe ich mich dann mal für Kevin Schlotterbeck entschieden, den hier für euch auf meinem Einkaufszettel für Augsburg zu haben. Denn Jeffrey Jovalero ist ja wieder gesetzt. Bauer und Pfeiffer sind gute Ersatzvarianten, wenn beide bleiben, Oxford muss endlich mal wieder fit werden. Und dann ist eben die Frage, ob Felix Udukay bleibt oder nicht. Viele gehen hier ganz klar von einem Abgang aus, weil es eben durch die letztjährige Vertragserlängerung fast schon logisch ist, dass das passiert. Ich sehe die ganze Geschichte zwar nicht ganz so klar, aber auch hier planen wir mal damit, dass Udukay tatsächlich geht. Somit braucht der FCA einen neuen Stamm-Innenverteidiger und sehr schnell bin ich eben dort auf Kevin Schlotterbeck gestoßen. Irgendwo wäre es auch typisch, wenn er tatsächlich auf dem Radar von Augsburg ist. Schlotterbeck hat um den SC Freiburg zum Profi und hat vor allem dann bei seinen Leihstationen bei Union Berlin und dem VfL Bochum gezeigt, dass er wirklich ein richtig guter Bundesligaspieler ist. Auch in der abgelaufenen Saison war der 27-Jährige zum VfL verliehen und kam dort in 27 Spielen sogar auf 5 Tore und 3 Vorlagen, was natürlich richtig starke Quoten sind. Er ist auch einfach jemand, der Verantwortung übernimmt und alles reinhaut. Sein Kaufballspiel ist eine wirkliche Waffe. Generell ist er auch einfach sehr giftig in den Zweikämpfen. Auch sein Passspiel als Linksfuß ist wirklich gut. Ähnlich wie Chobaleo ist Schlotterbeck allerdings jetzt nicht zwingend der Schnellste. Das kann natürlich je nach Ausrichtung, aber auch durch Jakic als Sechser oder auch durch schnelle Außenverteidiger ausgeglichen werden. Auf dem Markt ist Schlotterbeck nämlich auf jeden Fall und deswegen ist er für mich auch so interessant für Augsburg. Denn in Freiburg ist er, wenn überhaupt, nur als Ersatz eingeplant für Bochum wiederum zu teuer, um ihn dort zu kaufen. Und nach den drei Laien, eben einmal zu Union, einmal zu Bochum, wird sich Schlotterbeck sicherlich auch mal nach einem festen Klub sehnen. Augsburg kann gar nicht dieser Verein sein. Die Vertragslänge beim SC Freiburg ist nicht bekannt, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Ablöse knapp unterhalb vom Marktwert liegen wird. Außenverleidiger hatten wir ja gerade schon mal angerissen. Auf beiden Seiten braucht es hier Verstärkung und zum einen habe ich dafür Festi Ebussele im Visier. Kevin Mbabu war ja nur ausgeliehen und geht erstmal wieder. Gummi ist verletzt und grundsätzlich mal ein ganz guter Ersatz. Framberger soll sich erstmal wieder in der U23 zeigen. Bedarf besteht somit natürlich auf jeden Fall. Da sind sich auch alle einig, auch hier muss ein neuer Stammspieler her. Ich finde, für die Position gibt es dann mehrere spannende Kandidaten. Am meisten abgeholt hat mich aber dann tatsächlich Festi Ebussele. Der 21-Jährige stammt aus Irland, hat zudem Wurzeln in Nigeria, wurde bei Derby County ausgebildet und spielt seit 2022 für Udinese Calcio in Italien. Dort kann der junge Rechtsverteidiger in der aktuellen Saison auf 31 Liga spiele. Das hört sich sicherlich erstmal gut und viel an, aber oftmals eben auch nur als Joker. Udinese hat fast immer in einer Dreikette gespielt, was auch nochmal ganz interessant ist, um vielleicht direkt mal zu wissen, was denn Ebussele für ein Spielertyp ist. Er war dort dann meist der rechte Schienenspieler und damit bekäme eben Augsburg hier auch einen offensiv ausgerichteten Rechtsverteidiger. Der dreimalige Nationalspieler von Irland ist wirklich einer der schnellsten Spieler in der Serie A. Er ist sehr, sehr gut am Ball, aber überzeugt auch mit seinen 1,80 Meter durch eine sehr, sehr gute Körperlichkeit. Durch sein Tempo arbeitet Ebussele auch immer wieder sehr, sehr gut mit zurück und auch für die Viererkette ist er damit auf jeden Fall geeignet. Auch sein Marktwert liegt dann bei 6 Millionen Euro, was natürlich erstmal nach viel aussieht, aber durch eben dann seine Vertragslänge bis 2027 kann ich mir sehr, sehr gut eine Laie mit anschließender Kauf, ob zu einem Marktwertbereich, vorstellen. Und damit kann Jurendic endlich auch mal eine gute Lösung für die nächsten Jahre verpflichten. Und genau das braucht es aber eben auch dann auf der linken Seite. Auch hier ging mein Blick wieder nach Italien, besser gesagt zu Domagoj Bradaric. Iago kehrt ja nach Brasilien zurück. Auch die Laienrückkehrer Günther und Colina haben wohl erstmal keine wirkliche Zukunft und dann bleibt links hinten auch nur noch Mats Pedersen. Mit dem Dänen haben wir dann einen soliden Linksverteidiger, nicht mehr, nicht weniger, aber auch hier muss ein neuer Stammspieler her. Auch hier habe ich ganz bewusst eher nach einem etwas jüngeren Spieler geschaut, der eine gewisse Erfahrung aber trotzdem schon mitbringt, aber sich eben auch noch weiterentwickeln kann. Und sehr schnell bin ich dann auf Domagoj Bradaric gestoßen. Der Kroate stammt aus der Jugend von Hajduk Split, ist dann 2019 für 6,5 Millionen Euro nach Lille gewechselt, nach Frankreich und dann 2022 weiter zu US-Salanditana für 5 Millionen Euro. Dort ist der viermalige kroatische Nationalspieler auf der linken Abwehrseite gesetzt, sowohl in einer Vierer- als auch in einer Fünferkette. Also auch er kann tatsächlich beides spielen. Damit haben wir natürlich aber auch nominell hier eher einen offensiven Außenverteidiger, aber auch das ist von mir ganz bewusst gewählt, um eben auch flexibel sein und auch selber mal im Spiel vielleicht zwischen Systemen rotieren zu können. Bradaric ist ein sehr laufstarker Spieler, der durch eine wirklich gute Defensivarbeit überzeugt, mit seinem Tempo auch immer wieder den Weg in die Tiefe sucht und mit seinen 24 Jahren auch noch weiteres Potenzial mitbringt. Dadurch, und das macht den Transfer umso interessanter, dass Salernitana in die zweite Liga abgestiegen ist, kommt Bradaric eben auch auf den Markt und ist sicherlich unterhalb vom Marktwert zu haben. Und dann würde ich hier auch auf jeden Fall zuschlagen. Wie schon bei Stotterbeck wird sich Augsburg sicherlich aber auch bei der Bundesliga-Konkurrenz mal umschauen und schon länger denke ich da an einen möglichen Transfer von Robert Sko. Rein taktisch hat er der FCA unter Toruk meist im 4-3-1-2 gespielt. Vor allem auf den drei zentralen Mittelfeldspielern Positionen ist man da echt ohne Abgänge gut aufgestellt. Jakic und Breitop für die 6, Maier, Engels, Jensen, Rex, Bitschei und Dorsch für die 8. Spannend wird es aber eben dann in der Kreativzentrale, denn Ruben Vargas könnte gehen. Ich mag ihn extrem als Spielertypen, ebenso wie zum Beispiel auch Udukai, aber bei beiden laufen ihm die Verträge auch nur noch ein weiteres Jahr und deswegen heißt es verlängern oder verkaufen. Hier rechne ich dann mit einem Abgang. Auch Petkov, Mbuku und Okugawa, die erstmal zurückkommen, sehe ich nicht zwingend im Kader in der neuen Saison. Der aktuelle Leihspieler Biel wird möglicherweise auch wieder gehen. Von Mert Kümmür halte ich auf jeden Fall viel als klassischen Zehner. Wenn man das aber dann weiterhin flexibel halten will, dann kann Robert Sko ein sehr interessanter Spieler sein. Nicht als sozusagen direkter Ersatz für Vargas, ist schon ein anderer Spielertyp, aber als eben dann Bereicherung für die Offensive. Denn wie Torup stammt auch Sko aus Dänemark, ist 28 Jahre alt und hat die letzten 5 Jahre bei der TSG Hoffenheim gespielt. Und da hat er auch immer wieder aufblitzen lassen, was er kann, aber die letzte Konstanz zum endgültigen Stammspieler hat immer und immer wieder gefehlt. Das ist aber wiederum auch gut für Augsburg, denn dadurch ist er verfügbar. Sko's Vertrag läuft nämlich aus, er kann ablösefrei die TSG verlassen, dann kann man hier auf jeden Fall rein finanziell gesehen wenig falsch machen. Und der 28-Jährige bringt eben extrem viel mit, neben seiner natürlich auch schon vorhandenen Erfahrung. Denn Sko ist schnell. Also die Schnelligkeit ist ein wichtiges Thema bei ihm, aber vor allem ist er ein Techniker, der sowohl den letzten Pass spielen kann, als er selber zum Abschluss kommt. Also das ist wirklich ein unglaublich ballsicherer Spieler, der immer wieder gute Ideen auch im Ballbesitz hat. Vor allem seine Flanken und auch erst recht seine Standards sind eine wirkliche Waffe. Durch seine Laufstärke, seinen Willen und auch seinem guten Stellungsspiel wurde Sko aber auch vermehrt als Schienenspieler eingesetzt. Im flexiblen Offensivsystem von Augsburg kann ich, wenn wir dann auch eben dann in dieser offensiven Dreierreihe sehr, sehr gut vorstellen, Ich glaube, dass Robert Sko beim FCA zum Unterschiedsspieler werden könnte. Torabwehr auf Mittelfeld haben wir somit schon mal abgedeckt im Sturm. Habe ich da nochmal nach einem quilligen Angreifer gesucht und mit Seku Keuter gefunden. Tietz ist gesetzt, Belio, Michel und Leihrückkehrer Cardona sind weitere Optionen. Zudem scheint Samuel Eson einen Transfer in die Vogelstadt zu bevorzugen und könnte dann hier ein neuer Angreifer werden. Damit holt man sich dann einen wirklich schnellen Bullen mit 1,92m für vorne drin. Auch hier ist aber noch eine wichtige Zukunftsfrage eben dann zu klären. Bleibt oder geht Ermedin Demirovic? Auch hier glaube ich sogar erstmal an einen Abgang und ich könnte mir dann sogar auch ein wuchtiges Sturm-Duo aus Tietz und Essort vorstellen für die Flexibilität, wenn man dann eben noch einen Stürmertyp wie Keuter. Der 24-Jährige stammt aus Mali, wurde 2018 von Red Bull nach Europa geholt und wurde dann zuletzt auch vor allem mit Bochum, aber auch schon zuvor mit Bremen, Freiburg, Leverkusen oder Wolfsburg in Verbindung gebracht. Denn Keuters Vertrag läuft aus, das macht ihn interessant für viele Vereine. Der Stürmer ist ablösefrei zu haben und bringt ein super spannendes Profil mit. Der Nationalspieler ist nämlich gerade mal 1,73m groß, dafür aber unglaublich schnell. Also wenn man sagen könnte, Ebu Sele ist als rechter Tadiger einer der schnellsten in Italien, ist Keuter einer der schnellsten Stürmer in Österreich. Er ist sehr agil, richtig gut am Ball und sowohl im Passspiel als auch im Abschluss echt stark. Durch Muskelverletzungen wurde Keuter aber immer wieder ausgebremst. Auch deswegen wird eben jetzt sein Vertrag in Salzburg nicht verlängert. Wenn man aber das in den Griff bekommt, dann kann das hier ein echtes, wirklich wahnsinniges Schnäppchen werden. Denn aus Augsburgs Sicht haben wir natürlich hier erstmal einen Deal ohne allzu großes Risiko. Und auch wenn natürlich Keuter kein 1 zu 1 Ersatz für Demirovic ist. Denn wenn der Kapitän geht, muss man das ohne im Kollektiv auffangen. Aber Keuter kann dabei auf jeden Fall helfen. Wenn wir dann mal meine fünf Transfervorschläge mit dem zusammenbasteln, was der Kader aktuell so hergibt, dann kommt folgende Startelf hinaus. Wir haben im Tor erstmal Damen als Nummer 1. Ich glaube schon, dass er erstmal als Nummer 1 in die Vorbereitung geht. Aber mit Labrovic haben wir natürlich dort einen sehr, sehr guten Ersatz. Lubeck und Klein noch dahinter. In der Viererkette habe ich natürlich jetzt einiges verändert. Aber ich finde, da muss man eben auch Fortuno machen. Mittelfeld ist top, Offensive ist gut. Da muss man eben dann gucken, welche Spieler gehen, welche Spieler kommen. Aber in der Defensive hat man auf jeden Fall klare Baustellen. Vor allem bei den Außenverteidigern. Ich glaube, Eposelé und Bradaric könnten ein richtig gutes Duo bilden. Mit Gummi und Pedersen hat man dann zwei gute Backups. Aber eben auch in der Innenverteidigung, wenn Udo Kahl geht, Schlotterbeck und Chovaleo wären dann hier bei mir gesetzt. Pfeiffer, Oxford und Bauer hätten wir dann noch dahinter. Neben Udo Kahl hätten wir hier als weitere Abgänge dann eben noch Günther, Kolina, Framberger und Mbabu. Auf der 6. Position ist Jakic gesetzt. Breithaupt ist eigentlich mehr als ein Backup. Muss sicherlich auch spielen. Aber ich habe ihn jetzt erstmal hiermit eingeplant. Ansonsten haben wir natürlich dann auf den beiden 8. Positionen aber ich glaube, er könnte sogar auf der Position auch richtig gut funktionieren als Spielgestalter, weil er das eben auch sehr gut kann. Es ist aber auch ganz bewusst flexibel angelegt. Wenn man zum Beispiel in der Sturmspitze neben Tietz einer wie Keuta oder Cardona spielt, kann es auch genauso gut mal mit einem Dreiersturm spielen, wo dann Skoba die Außen kommt. Ich wollte es ganz bewusst so flexibel halten. Künge ist eben dann wiederum der klassische Zehner. Vargas wäre dann eben hier auch weg. Ebenso wie Petkoff, Mbuku und Okugaba. Doppelspitze geht dann auf jeden Fall an Tietz, der für mich gesetzt ist. Aber wenn du eben noch deinen einholst wie Esson, müsste er nun eigentlich auch gesetzt sein. Wenn die Mirovic geht, aber dann immerhin noch Keuta, Michel, Cardona, Bellio. Das kann man dann zumindest mal in der Kaderbreite schon mal ganz gut auffangen. Und ich finde, das sieht man auch hier nochmal ganz gut in den verschiedenen Mannschaftsbereichen, dass Augsburgs Kader wirklich super interessant ist. Es wurde aber irgendwie immer wieder zu wenig daraus gemacht. Und ich glaube, Turup kann auf jeden Fall daran was verändern. Die ersten Transfers finde ich auch schon mal sehr interessant. Es gibt aber eben auch noch ein paar Baustellen. Die Frage ist eben auch dann noch, ob alle Leistungsträger bleiben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man in einem wirklich guten Saisonstart direkt auch mal die obere Tabellenhälfte ins Visier genommen werden kann. Und wenn eben auch dann erneut der siebte Platz reicht, kann man vielleicht sogar Europa ins Visier nehmen. Ich traue es Augsburg tatsächlich zu. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu meinen Vorschlägen in die Kommentare schreiben. Und auch gerne weitere Vereine vorschlagen für das Format 5 Transfers für. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball!